Das ist ein Politischer. Zwei, drei. Eins ist sicher, und das müssen wir alle wissen. Ein Kind bekommst du nicht einfach so vom Umkissen. Doch etwas wird uns alle Schampar interessieren. Was wird da rauskommen, wenn die zwei kopulieren? Das ist ein nostalgischer Blick. Je suis Michelin Labelle, mon charme et éternel. Mein meterbreites Lächeln liebt die Schweiz als schon. Schade muss ich nun gehen, wegen Kieferluxation. Nein, das sind nicht meine Finken. Was an Gott vergessen stinkt. Siehst du Delphine Shadow, der vor einem Monat gestorben ist. Den findest du heute exklusiv im Konzip bei den frischen Fischen. Ein Wahlplakat. Ein Wahlplakat. Ein Wahlplakat. Wo du hinschaut. Nur Wahlplakat. Wissen Sie, ich finde das schade. Überall einfach nur Wahlplakat. Jetzt haben wir auch eins. Damit uns jeder kennt. SVP. Spassvogel vor Präsident. Wer und vor weiss jeder genau, schreibt mir bitte mal Vögelivau. Spassvogel. Seit 30 Jahren gibt's ihn jetzt schon. Er hat überhaupt nicht nachgelassen. Mit seinen Banken und seinen Hüften lässt er es krochen und bringt sein Publikum immer zum Lachen. Aber eins bewegt uns wie ein Amore. Stegenfässli hat sein Fässli verloren. 30 Jahre Stegenfässler. Ein schwungvoller Sache. Ist klar, sagt der Trüb, dass ich zu Plagetten mache. In vier Jahren ist er dann auch mit einem Entwurf dabei. Hey ja, will dann wieder Wahlen sein. Es gibt jetzt Biofleisch beim Grab von einem Bauern von Ammel. Doch hat Frau Hammel Bammel wegen dem Gammel von dem Rammel. Sie bestellt trotzdem ein Kilo von diesen glücklichen Kälbern. Könnte sie es bringen? Nein, es kommt gerade selber. Im Jöri-Park kannst du jetzt trainieren. Und so ein Haufen vom Verlieren. Das Thema Bewegung hat auch dann schon gelangt, dass es höher für das Plagetten-Sujet reicht. Doch statt der Alte, jetzt passet auf. Gehört die da, der Stegenfässler drauf. Der Stegenfässler meint zwar, er hätte sich Ründer besser gefallen. Doch aufs Alter annehmen, weil er den Gürtel einmal schnallen. Ich meinte hier letztlich, ich bin in der Klemmie. Doch jetzt müssen wir hören, die Kopferklemmie. Ich bestelle mit Hunger eine Schneeposa. Da sagt die Wirtin, gibt's nicht im Himalaya. Ich denke bei mir, was für ein Drama. Und der nächste Gemeinspreis wird der Dalai Lama. Mit dem Dalai Lama wären wir spirituell voll fit. Doch wir hätten lieber den Brad Pitt. Nach dem Beiat hätten wir das eben schon verdient. Da hätte man mehr fürs Facebook-Profil als für die Schönheit gerieben. Ich kann es ja verstehen, wenn die Gemeinde hoch raus will. Sodass man neu im Kuspo und für Andes viel zahlen sollte. Aber da kann im 4133 wirklich nicht mehr alles ganz stimmen. Neustens kannst du im Dorfkärm sogar noch das Himalaya erklimmen. Aber eine halbe Weltreise. Nur um eins geht zu ziehen. Geht, Pferdämmie. Zum Trotz gehen wir aber weiterhin nur in unsere Klemmie. Tipp, 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 tipp. Warte, 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 warte. Ein Chateau Lafitte ist ein Gedicht für meinen Magen. Ja, über die Franzosen kann ich generell nicht klagen. Bei meiner Frau ist es anders, die bekommt auch das Grusen. Seit sie Franzosen kennt, hat sie im Busen so eine Sause. So, einen haben wir noch. Ich habe zum Chef gesagt, von jetzt an mache ich blaue. Weil ich ein bisschen Fun habe und sehr spart rauszuhauen. Bis im Dezember habe ich jetzt nur noch Scheia-Weia. Weher stimmt nicht der Kalender der Maya. Weimland! Seht ihr alle den Helgen? Bei dem mussten wir rechts und links noch ein bisschen nachsetzen, damit der Herr auch Platz ging. Schatzi, sagt Frau Palma, wenn du mir noch gefallen möchtest, Dann musst du ab sofort die Gürtel enge schnallen. Mit Gürtel enge schnallen, meint sie, sie dicker Ranze. Er versteht das anders und kürzt den Schulfinanzen. Hey, wir müssen fahren, bei dir Rie, bei dir Rie, bei dir Ullala. Hey, wir müssen fahren, bei der Bildung fangen wir an. In Basel ist es nicht besser, die Kofen sind nicht gescheider. Doch dank ihrer Sexbox sind sie nicht ganz so bieder. Der Balmer sagt zum Wüttrich, ich weiss, wie du das lösisch. Wir brauchen doch keine Sexbox, wir starten früh französisch. Der Papst Benedikt bittet innig seinen Chef da oben. Hilf mir doch, dass die Hooligans nicht mehr so toben. Ich würde gerne helfen, meint der Uter allmächtig bescheiden. Aber so Wichtiges kann nur der Platte Sepp entscheiden. Benedikt, wenn der Sepp nicht rum ist, dann hilft nur noch Betten. In leichten Fällen könnte dann eventuell den Constantin vertreten. Das 15. Mal sind wir zwei Küchen auf Tournee. Man weiss nicht, ob man uns mit 80 noch sieht. Am Eurovision-Kontest würden wir gern dabei sein. Doch macht uns Kummer und Sorgen die Blamasch vom Asia-Lisi. Oh, Lisas, ja, du hättest keinen Mega-Auftritt gehabt. Oh, Lisas, ja, bist jetzt so stark beleidigt. Meld du dich doch beim grössten Schweizer Talent an. Dort gibt's bestimmt ein Dreimal-Test. Dreimal-Ja. Wir von drei und einem sind das Jahr an den Skitag gegangen. Und natürlich noch nach paar Bierli an einer Schneepaar gegangen. Ja, dann hast du dort die einheimischen Gehörer-Klöne. Über die Wirtschaft und den Staat Franken stehen. Man kann es vergleichen auf allen Hotellisten. Es gibt das Jahr fast keine deutschen Touristen. Die gehen alle auf Österreich und suchen es weiter. Ja, so eine Finanzkrise hat auch seine guten Seiten. Ich bin Käpt'n auf dem grossen Schiff. Schätze ich noch meinen Namen, aber alles fest im Griff. Bunga, 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 leg dich ein paar Schinken. Klopfen bei jedem Fehler sofort ihre Finke. Bunga, 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 Bunga. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.